Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege mit dem lieben Onkel Hallihallo Hallöschen Ja, da geht es hier um Team Deathmatch Motivation steht hier an vorderster Stelle Ja, die Motivation muss ich auch sagen geht auch ganz schnell flöten, wenn wir hier die ganze Zeit die Scheiße haben, die wir hier die ganze Zeit haben Oh ja Dass wir hier alles connecten können und uns, finde ich, der Sound leise geht, aber wir haben es jetzt gebacken, wir haben rausgefunden wie der Sound jetzt anbleibt Wir hoffen, dass es funktioniert Richtig Wenn nix hilft, dann hilft nur... Hä? Was? Toll Wenn nix hilft, dann hilft nur... Hä? Ja, Steam hat sich bei mir geöffnet gerade, also das Steam Hauptmenü Ich hab die Tastatur grad nicht mal angefasst Ich glaube das ist ein Fall für Galileo Mystery, lass uns einmal ab der Laden rufen So Ja gut Ja gut Dann gucken wir jetzt alle mal im Strich zu, der sich dreht Der Batschmann, der Batschgamer und der Noxie, der lädt noch Was? Ja stimmt, irgendwie Hä, wieso lade ich noch? Doch fertig Alles nur wegen dir Scheiße So, äh, ja, wo bist du? Im Auto Im Auto Im Auto Ja Da hast du doch schon abgenommen Ja, 15 Sekunden sucht schon rum und ich hab noch nix gefunden Nein, hier ist nix Äh, noch nix gefunden Nicht mal ansatzweise Oh Gott Oh Gott Oh Gott Gut, meine Kiste ist im Arsch Die waren im, äh, Erdgeschoss Alles klar, ich bin hier oben Also zumindest waren ein paar, äh, paar Leute im Erdgeschoss 5 Sekunden Ob das Ding da auch ist? Keine Ahnung Standort... Das Biogefahrgut gehälter ist unbekannt Scheiße das ist nicht schlimm Ey, gehen erst? Ach so Du seid jetzt? Sag doch wo du n mister gehst ich bin da hier ich bin hier oben Äh, die versuche Kommt man nicht beim Spiel springen? Mit Leertasse Nej, dann halt nicht Wir sind im Erdgeschoss, aber schon oder trotzdem gerne Oberum gehen Ja ab und aus sicherheit bin ich dabei da muss ich erst mal wieder rein finden ich kann es gar nicht mehr glaube ich scharf gemacht wo ich kann man ja eigentlich runter oder ach ja hier onkel ich bin auf dem vase getreten pass auf die könnte uns gehört haben ich habe damit mit was ist jetzt mit termiten warum ich ist tot was hier hilfe hilfe ich habe hier allerdings ich habe hier verdammt wer ist das ding ernsthaft ist selbst reingetreten oder was ja genau alter hier ohne ist alles vermint also mit den störsindern ja ich glaube ich oh scheiße alles klar kapkan haut rein also das war jetzt schon ich glaube der zehn kugel für uns beide verbraucht das war überraschend also auch noch gemerkt wie irgendwo so eine wand von rechts kam ich habe mich gar nicht gesehen weil du hast du hast mit den dings dings verdeckt ach ja da habe ich mir mit den wald ich habe den nicht mit meinem ding das ding verdeckt den wirst du hast mit dem körper also mit dem wirst du also ich muss sagen kapkanne schon eine üble klasse oh gott oh gott da ist er wieder ja mit der pumpe kannst du das eigentlich ja ich weiß nicht also kannst du da durchschießen aber also der heck der cheats doch der wand hochgezogen da kommst du doch gar nicht durch ich dachte wer direkt link alter wie viel munition hat das ganze wand ist ja weg ok runde 2 ich bin der doktor ich hab den teiler vergessen naja dann machst du ja fünf minuten passt ah gott 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 oh guck mal frost frost einer von den neuen jaja die die 25.000 kosten den raum sichern ernsthaft wird von allen seiten kommen das finde ich nicht nicht jetzt wollen wir erst mal ein bisschen was verstärken nicht halt dass man den türen selbst nicht renforcen kann ja wer ist denn der schlauberger aus der schoss oder was ja ich kann aber die force fängt nicht es fängt gut an es fängt richtig gut an alter eieieie tschuldigung oh gott was machen die da oben ohr onkel wo bist du ich bin tot Aua Red gamer kannst du mal offen mich als Oster schießt ach diese dreck scheiß diese dreck davon diese diese mhm was ist denn das für ne kacke was los die hatten diese diese komischen granaten an das juck jetzt kommen sie schon wieder ich mach es bei euch ach der fuse wir haben fuse scheiße Boah, Alter. Handt euch n... Oh, scheiße. Subi. Stürb, du Ratte. Hey, ruhig. Guck nach. Kinder, ich guck nach. Ich komm nicht durch. So hell, ich seh nix. Hm. Hallo. Bitte dich zu sterb... Scheiße. Bitte dich zu sterben. Hm. Hallöchen. Scheiße. Gibi zum Thema. Onkel, die sind nicht nett. Die tun mir weh. Scheiße. Ein Twitch ist aber auch so ein Stück Scheiße, ganz ehrlich. Warum Twitch? Ein Twitch... Ah, nee, hier Twitch. Der, äh, Operator. Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Äh. Und schau, wie viel Runden wir brauchen, um da mal zur Potte zu kommen. Ja, natürlich. Ist halt problematisch. Ihr kennt doch alle sicherlich diese Bilder, die man bei 9Gag oder sowas sieht. Wo man einfach nur sieht, dass das eigene Team irgendwie total am Feiern ist und alles. Und Gegner-Team ist irgendwie so ein japanischer, äh, Ordinary-Core. Also japanischer Special-Core, also eine Einheit. So fühlen wir uns auch gerade. Wärst du wieder Special-Core oder wieder japanischer, äh, Tanz-Club? Wie die japanische Tanz-Club. Ich meine, der eine Affe hat uns abgeschossen die ganze Zeit. Ja, das ist doch Wahnsinn. Das war jetzt gerade... Ich hatte jetzt... Dieses Scheiß... Dieses Scheiß... Oh! Matchball! Oh! Oh! Jetzt wird spannend. Onkel, komm, ich geh in den Keller. Ich geh mal in den ersten Stock. Hier unten darf man wenigstens lachen. Oh, ich hab einen! Oh gut, ich hab einen! Ich seh nix! Ich bin tot. Ich hab für dich gedrückt, das ist alles in Ordnung. Du bist aber auch tot. Also deine Figur. Also dein, dein Wagen. Ich bin sowieso weg. So, alles klar, das liegen wir im Keller. Alter, warum krieg ich nicht jetzt ne Granate ab? Was ist denn das für ne Granate? Die Leute sind so retarded, Alter. Das geht nicht. Warte, wo bist du? Komm zu dir. Ja, ich bin auf dem Dach gerade. Oh, Onkel, ich kann so nicht arbeiten. Das geht nicht. Nicht für alle drei Euro der Welt. Wo bist du denn da bist du? Da irgendeiner. Da muss ich rausfinden, würde ich sagen. Hallo? Auf den Schleichmodus. Wie gesagt, ich hab hier, ich bin, äh, Tamit-Typ, ne? Also, ich kann die festen Wände durchsprechen. Das ist gut. Ob wir es noch brauchen, sehen wir noch. Ja, da drüben zum Beispiel. Dort, wo ist jetzt gerade S4. Ja, ich will mal kurz was machen. Moment. Ich will mal kurz gucken, was mein Special-Gedönse ist. Ach, ein Durchbruchsgeschoss. Ja, gut. Warte, warte, nein, 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 ich hab Tamit dran. Oha. Warte, 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 oh, oh. Hier ist Jackie. Dann halt, nett. Ernsthaft? Oh, was ist denn hier los? Hinter dir. Nee, wo unten durch die Wand. Nein, nein, hinter dir statt ein Affe. Oh, Mann. Alter, das Spiel ist so frustend. Du, okay. Ich hab' mich aber noch erwischt. Mann. Das schaffen wir sicherlich. Toll. Das schaffen wir sicherlich. Oh, do it. Der wird schon erschossen, während er das Ding noch erzielt. Wenn ich das in Segriekskotzen. Oh, genau. Erstmal rasiert. Erstmal die Leute kastriert. Boah, sind wir schlecht. Absolut schlecht. Äh, gut. Über 13 Minuten, ne? Noch eine? Joa, komm. Erneut gegenfeindliches Teamspielen. Ich bin dafür. Erneut gegenfeindliches Teamspielen. Ich bin dafür als einziger. Ich jetzt? Wunder nicht. Nee, komm, such mal. So, mal gucken, wie wird möglich. Äh. Sorry. So, dann haben wir ein Team. Zers von eben. Shadow Wolf. Und Pathfinder, okay? Supermang, Blunt, Dextra, Max, Kick. Kid Cruel. Und Lama Bad. Okay. Keine von dir jetzt. Wir können nur gewinnen. Ja. Wir können jetzt nur gewinnen. Mhm. Oh, die Karte ist aber gut. Ich weiß genau, wo wir lang gehen. Wir gehen oben rum. Die Karte kenne ich gar nicht. Was? Die ist geil. Die Karte kenne ich gar nicht. Also, die kenne ich. Die kenne ich. Das ist schon mal gut. So, wie gesagt, ich habe Termin dabei, ne? Ja, ja. Wir brauchen nur überlegen, wo wir das brauchen. Wenn die keinen haben, die es verstärken, dann brauchen wir die eigentlich nicht. Ich hoffe, wir werden mal gucken. Wir gucken mal. Nee, 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 nee. Aber das Geile ist, wir haben zwei Leute, also mich und den Fuse, die halt durch eine Wand schießen können. Warum lädt ihr das bei mir noch? Deins ist beendet. Meins lädt noch. Warum lädt ihr das bei dir noch? Ja, keine Ahnung. Hunderttausende Leitung und trotzdem zu wenig für Rainbow Six. Ich dachte dazu, nix mehr. Das ist Ubisoft Schuld. Du musst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Ein Bomber. Du musst deine Drohne verpfänden. Hä? Ups, ich bin durchgeflogen. Oh, da war doch gerade einer. Ich hoffe, ich bin nicht so schön markiert. Ich habe richtig in den Schreien. Oh Gott. Und tschüss. Aber nur eine. Achtung, eure Drohne haben eine Bombe logisiert. Yo, ich habe sie gefunden. Mir egal. Es gibt 50 Punkte. Ich kann nicht. Ich weiß genau, wo wir langgehen. Folge mir. Dahinne. Komm, irgendwo hier ist bestimmt ein Sniper im Fetzal. Knallt uns weg. Ich laufe ihn einfach mal nach. Ich vertraue ihm da mal. Suche ab, war es hier oder auf der anderen Seite? Hier ist auf jeden Fall leider nach oben. Ja, ja. Weil du kannst irgendwie aufs Dach. Ach, da vorne. Das halbe Team ist schon weg. Ey, warte mal. Irgendwas stimmt dir nicht. Das halbe Team kann nicht weg sein. Einer von uns weiß nicht mal, was er nehmen wollte. Der konnte sich nicht entscheiden. Also es waren vor allem einfach andere vier Leute. Bitte, bitte. Lass hier keinen sein. Nee. Ist clean. Wow. Wir zwei gegen... Fünf. Den Rest der Welt. Ja. Da ist er. Hallo? Einer da. Jo, kein Mensch da. Finde ich gut. Feind draußen. Was? Was ist mit drin? Nee, 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 nee. Ach, da war gerade ein Feind draußen. So, komm. Jetzt. Ist der was? Nee. Wir sind ja süße Runde, ne? Da ist einer! Ich habe ihn gekillt. Heil mich. Onkel? Ja, wie geht denn das heilen? Verdammt. F gedrückt halten. Ich stelle dich bei mir nicht da. Aha! Nein! Dieser Affe! Krise. Ah, Mann. Wir kommen zu... Alter. Was ist denn hier kaputt? Was war das denn jetzt? Das ging ja... Tot. Alles. Alter, das ist doch Wahnsinn. Was haben die denn für einen Kaliber, ey? Das ist doch nicht mehr lustig. Alter. Ich bin doch gleich eine Railgun. Äh, es ist so deprimierend. Das Spiel ist immer so deprimierend. Was hast du eigentlich alles für Klassen? Erzähl doch mal. Jäger. Und als... Angreifer? Hör mal. Äh, nein, Dings. Ich hab nur noch mehr. Ich hab nur noch zwei. Ja. Okay, wo bist du, Naxi? Wo bist du, Naxi? Wo bist du, Naxi? Das ist einfach ein. Hier, geh weg. Was ist dicht? Machst du mal zu, oder? Ich mach ja alles dicht. Das leckt mich ab. Lass mich mal kurz... Danke. Du wurdest entdeckt? Ja, ist doch schön. Da wurde ich halt entdeckt. Wo ist denn der Zünder? Ach, hier auf der Couch. Ja, toll. Ähm, magst du mal reinforcen? Ihr legt es einfach davor stellen und F drücken. Ich? Ja. Reinforcen kann jeder. Na, geht's raus? Das heißt, du nicht hier jetzt? Warte, warte, warte. Geht aus. Ja. Hallo, soll ich überall machen? Äh, kannst nur zwei. Ja, ich hab ja noch mehr. Äh, ihr habt noch eins. Macht recht daneben noch. Damit die da nicht unbedingt durchkommen. Ich versuch's doch grad. Wo geht er das nicht jetzt? Alle klar. Verteidigen wir mal Punkt B. Haha, du Affe. Hier ein Video. Ah, hier. Hier war so ein Affe mit Schild. Oh, scheiße. Nein. Ach, Mensch. Alter. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch scheiße. Ist er auch tot? Ja, natürlich. Da durch das Loch geschossen und mich gleich mit abgeschossen, der Drecksack. Ernsthaft? Ja. Oh Mann, ey. Das ist doch kacke. Oh, ich wollte grad noch dieses scheiß Ding, aber ich könnte's nirgends mal hinsetzen, dieses scheiß Ding halt. Alter, ich weiß jetzt schon, dass wir alle fünf Wochen einmal aufnehmen, der Schickt. Na, das Spiel macht mich echt ein bisschen... Er ist frustet extrem. Ja genau, schießt dich selbst in die Luft. Warum jagt dich in die Luft? Gerade, wie schon gesagt, das Aiming von mir ist nicht unbedingt so toll und dann spielst du so ein Spiel, das ist schon ein bisschen deprimierend. Ja. Alter, ist das dein Ernst? Es gibt zwei Punkte, die es zu bewachen gilt. Warum? Alter, die reißen das gesamte Flugzeug auseinander. Da kommt keiner. Geh doch einfach. Komm, lass es sein. Ich schritt jetzt nach rechts. Alter. Alter, krass. Hör doch auf damit. Ja, das war fast gut. Alter Schwede, ey. Hör doch einfach alles weg, raus. Ich bin für solche Spieler, die war nicht mehr geboren. Früher war ich da so gut drin, jetzt kannst du das Teil vergessen. Ja, ich bin gut in der Liga. Aber... Ach komm. Die Zeiten sind vorbei. Wahnsinn. Spielst du noch Batman? Spielst du noch Batman? Spielst du noch Batman? Spielst du noch Batman? Nur auch für Simulation fertig. Oh Gott. Onkel, du lädst. Ja, ich weiß. Das ist alles ins Absicht. Immer vortäuschen, dass du tot bist. Meine Fresse, ey, das gibt's doch gar nicht. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ja, dann find doch die Kackbombe, Mann. Ja, klar, sicher, leck mich doch. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Oh, Mann. Also, liebe Leute, wenn ihr Pro-Gamer sehen wollt, dann müsst ihr wohl auf andere Kanäle gucken. Obwohl, die können auch bei uns gucken, aber die Pro-Gamer sind auf der anderen Seite. Das müssen wir auch mit bedenken. Richtig. Alter, weißt du, wir schießen eine halbe Stunde auf die Kackdinger, um zu treffen. Jetzt? Ach so. Und die schießen ein einziges Mal und treffen alle gleichzeitig. Du bist wieder da rein, oder? Ne, 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 komm. Was ist denn jetzt schon wieder? Mir geht den normale Weg rein. Wer ist denn jetzt gestorben? Was, was, was knallt denn? Ich weiß nicht, wo du bist. Äh, ich bin hier oben. Wo denn? Rechts jetzt auf die Treppe hoch. Allert klar. Geh doch mal weg. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Entschärfer wurde erneut gesichert. Wo hab ich denn den Entschärfer aufgehoben? Alter, was ist denn los? Geh doch mal einer rein. Haben wir keinen mit, haben wir keinen mit Schild. Warte, ich hab's wiederbelebt. Oh mein Gott. Alter. Alle tummeln sich auf der Treppe rum und werden alle gleichzeitig weggespringen. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Wollt ihr hinten rumgehen? Oh Mann ey. Wie lange hat der jetzt gekillt ey? Drei oder vier. Warum bin ich nicht hinten rumgegangen? Warum nicht? Warum höre ich auf dich? Eigener Druck neutralisiert. Boah nee ey. Boah halt. Ist schick. Okay, liebe Freunde. Dann würde ich sagen. So, das war's dann. Macht's gut, Leute. War schön mit euch. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Der Kanal von Onkel ist unten in der Beschreibung. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.